Hi Leute, heute gibt es eine neue Übung, eine sehr lustige Übung und zwar die ich habe mir etwas überlegt, etwas für euch, wenn ihr keine Trommel habt oder wenn ihr einfach zu Hause nicht so leer machen könnt. Also es ist folgendes Moustra, das spielt man zuerst am Körper, Body Percussion, das geht so. So, jetzt mach es mal langsamer, also Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Nochmal, Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Nochmal, Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Nochmal, Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Alright, das übe erstmal, Brust, Schnips, Klatsch, Brust, Brust, Schnips, Klatsch. Und jetzt übertragen wir das auf die Trommel, das wird witzig, pass auf, das klingt ganz gut. Okay. Jetzt verbinden wir das mit einem anderen Rhythmus, und zwar diesen. Achso, Trommel. Einschlagende Trommel, Klatschen, Rand. Also Bass-Trommel, Klatschen, Rand, Klatschen. Das klingt so. Okay. Okay, jetzt verbinden wir diese beiden miteinander. Ich mach beides, glaube ich, viermal. Und Wechsel Wechsel Und jetzt kommt der Wechsel Wechsel Okay, das ist eine kleine Anregung für dich, mal ein bisschen Spaß zu haben. Ich finde ihn sehr, sehr lustig. Du kannst auch alles auf der Brust spielen. Das war der Wechsel. Wechsel. Okay. So, das war eine funny Übung, eine lustige Übung. Hab viel Spaß. Ich freue mich natürlich, wenn du mir dein Video gerne drunter postest. Lass uns einfach in Kontakt bleiben. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, einen guten Tag. Bis später. Ich bin Inko Gutmann. Das vergesse ich immer dazu zu sagen. Eigentlich solltest du es am Anfang sagen. Ich lerne.